so da haben wir ein neues spiel bzw so neu ist es nicht findet man zum beispiel auf team start up company heißt das spiel ich habe schon ein bisschen weiter gespielt für zwischendurch kann man es mal nehmen und machen wie auch immer wie gesagt ist jetzt schon was länger her ich weiß gerade gar nicht wie es genau noch mal geht das spiel ich glaube wir müssen jetzt erstmal den beutern mit dem wiki So, gut, das ist mein Bürogezimmer, mein Bürogebäude, der habe ich nicht zur Verfügung. So, das dürfte für den Anfang reichen. Okay, den hat er schon komplett platziert. So, da kommt der erste, zweite. Können wir schon mal ein bisschen halten. 127 Prozent der Connection. So, das ist mein Bürogezimmer. ja was macht ihr jetzt alles das weiß ich gerade selber nicht seine arbeitszeit das ist er jetzt hat man die zeit vorspulen bis zum nächsten tag braucht man noch leute die arbeiten weil er sitzt nur am telefon und tut von prinzipiell gar nichts ja 142 wäre noch eines heißer gewesen der ist auch noch besser gewesen aber gut egal und das war die zeit im stand vorlaufen bis ich neue bewerbung machen kann in dem spiel hier das hauptsächlich klicken 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 so wir brauchen entwickler und designer dann müssen wir mal schauen was reinkommt nur einer bisher 119 prozent damit ich auch mal Assemblaturen hier. 126 Prozent. So, hat sich mein Spiel aufjagen? Nein. Ja, sorry, da hat sich gerade tatsächlich mein Spiel aufjagen. So, wie lange Zeit hab ich noch? Neunzehn Stunden. Okay. Ähm, ja. Angestellte. Anstellungsprozess. Okay, kann ich noch nicht. Ne, kann ich noch nicht. So, gut. Dann lassen wir mal die Zeit rein. Außen. Oh, drei Stunden, das wird knapp. Das wird knapp. Jetzt liefern. Ich glaub, noch kann ich das nicht so einstellen, dass ich das alles automatisch machen. Das kommt aber im Verlaufen des Spieles, dass man die einstellen kann, dass die gewisse Sachen automatisch produzieren. Oh, hohe Dringlichkeit. Das Ding dürfen wir haben, jetzt brauchen wir noch die zwei. Jetzt kann man die Design aufreißen. Jetzt kann man die Design aufreißen. Jetzt kann man die Design aufreißen. So, drei haben sich beworben. Das heißt, unter den drei suchen wir uns jetzt einen vernünktigen Mitarbeiter aus. Oder zwei. Ja, der hier. So, das Zahnrad. So, das Zahnrad. Zwei Stück müssen wir liefern. Jetzt haben wir noch 23 Stunden Zeit. Das ist wieder einig. So, das ist eine Einzelnenzündung. So, das ist ein Ziel. So, ich habe das Licht, das ist einiger T strive. Aber das ist alles, was ich. So, das wieder einmal. So, was das schon. So, das ist einmal. So, das ist ein Jahr. So, das ist ja jetzt. So, das ist sicher. Ja, ich würde sagen, dass ich da mal noch die Emma einnehme. Und das war. So, nächster Tag. Und der Mette vergeht es so weiter und nachher wird es komplizierter, je mehr Mitarbeiter man hat und so weiter zuvor. Dann kriegt man auch größere Büroräume. Und man muss dann ja machen, immer wieder klicken und so weiter zuvor. Ja, pro Prinzip hier ein relativ einfacher Spiel. Manchmal ein bisschen schwer an Geld zu kommen bei dem Spiel. Zuzгу. Zuzgen. Zuzgen. die mitarbeiter sind noch nicht auf der arbeit ja also wie gesagt probiert und jetzt kann man manager einstellen das heißt wir brauchen einen schreibtisch dann einstellungsprozess und jetzt haben wir 24 stunden zeit jetzt haben sie welche beworben manager 152 prozent den stemmer sofort weg und das stimmt ja ich kann ja nur die jetzt habe ich das so eingestellt dass er automatisch immer wieder hat selber produziert das machen wir mit der ebenfalls und er macht das genau und die muss ich dann immer noch sagen ich glaube die umriss komponente haben wir noch gar nicht nicht ne die haben wir noch gar nicht ach doch dass wir die hier bin okay gut ich glaube die ich glaube die so was haben wir hier noch ein 134 damit habe ich den zweiten manager das heißt laufen jetzt alle sachen automatisch davon habe ich auch genug ja und so geht das ganze spiel weiter bis man da irgendwie eine pünftige größe erreicht hat so 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 aber ich würde sagen damit nichts für euch nicht so langweilig wird arbeite ich ein bisschen vor und guckt dass ich genug ressourcen erstmal habe sind keine aufträge an oder so gut wie keine nur so kleine und dann sehen wir uns das nächste video davon wenn es ein bisschen mehr zu tun ist und so weiter braucht wenn ich zu weiter nach neues anbaue oder direkt neues büro oder so weiter immer gucken also bis dahin wenn euch das spiel gefällt lasst kommentar da däumchen und so weiter bis zum nächsten mal rein